Der müsste glücklich zu sein mit wieder zu gehen. Ach, kleiner Beder. Konntest du ihn denn auch bedienen? Aber ja, man braucht es. Der müsste glücklich zu sein mit wieder zu gehen. Willst du ihn denn auch bedienen? Aber ja, man braucht es. Meine Teekanne, ich muss ihn noch kaputt machen. Ich wollte nur etwas... Meine Teekanne, ich muss ihn noch kaputt machen. Überlegst du dir, Tatjana. Und da gibt es noch... Also ehrlich, höchste Zeit, dass ich zurück bin. Und Marc, nicht schließen wir Frieden. Ist das dein Ernst? Ja, aber natürlich... Wir haben Tatjana verdächtigt. Voilà, Tatjana, lass uns beide essen gehen. Ich lasse dich ein. Schöne Party, au revoir. Lass nur, ich schaffe das schon allein. Nein, 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 Raphael. Komm, komm, wir wollen helfen. Und in zwei... Nein, lass mal stehen lassen. Da habe ich gesagt. Meine kleine Marion, es wird Zeit, dass du zurückkommst. Was soll ich denn jetzt noch machen? Was ist? Schwarz oder weiß? Nichts von beiden. Ich sehe nur noch rot. Ah, das ist sehr lustig. Ist das geil, Mumor? Na, ich möchte nicht, dass du glaubst, es ist wegen des Castings. Aber ich bitte dich, das weiß ich doch. Bald werden wir mehr wissen. Oh nein, mein Fotoappar. Also nehmt die Sache jetzt nicht so schwer. Okay? Ich bin sicher, sie hat ihn mit ihren Astrologie-Geschichten eingewickelt. Vorsicht, Victoire, Eifersuch. Für was ist das? Aber nein, wir haben doch keinen Keller. Eine Königin bezeichnen die Profis ihre Fahrräder. Was ist denn das? Okay. Und kannst du mir erklären, wie dieses Ding in unser Wohnzimmer kommt? Ach, ich bin ja... Jahre später. Die kleine Königin? Die waren in eine Prinzessin verliebt. Die sind ja, ich bin ja, ich bin ja... Ich bin ja, ich bin ja... By bin ja, ich bin ja... Da ist die honestly, ich bin ja Jamie. Die sind ja, ich bin ja... ...